Ich hatte mir schon damals sehr gefallen, weil das auch eine kleine Bühne war und ich konnte dann mit meinen, man konnte sich verkleiden und das war wunderschön. Endlich achtete mal jemand auf mich, denn ich war ja ein Schlüsselkind, die wurde aber erarbeitet und so. Aber die Schule begann dann und ich bin noch so anstandshalber in der Westverwandtschaft noch in die Koalition gegangen. Das nehme ich dann noch in kurzen Hosen und mit einer braunen Strumpfen, mit Leibschnoten und einem Steinbein, habe mich dermaßen auch was geschenkt. Ja, und da der Pater dann anfing, uns die Haare immer so zu fähnen und dann schreiendanfangen und ich mit der Koppel immer bei der Geburtenkinder, habe ich gedacht, ich habe keinen Vater, von dem ich geschlagen werde, muss ich mich auch nicht schlagen lassen. Und dann bin ich abtrünnig geworden und bin in die jungen Pioniere in der zweiten Klasse dann gegangen. Und dann habe ich das Kamerabend hingelacht, also so ein kleines Pionierkammerabend. Und in der Gegend, in der ich in Dresden gewohnt habe, haben berühmte Schauspieler Kinder und berühmte Schauspieler gewohnt. Und das war für mich so ein Ansporn, die Theatervorführung der Kinder in der Oberschule mitzuerleben. Und ich wollte also unbedingt Schauspieler werden. Und ich bin auch am Anfang, dann immer in den großen Schulferien, nach dem Westen rübergefahren zu meinen Tanten und Onkel, schlichter einfache Leute in Wanne Eicke und in Herle, Bergarbeiter, schwere Arbeit, Lunge kaputt und wohnten in einer Wohnung, wenn ich hier den Ball hinlegte oder der wird in der Ecke, wo das Waschbecken war, als ich alles gesegnet habe. Und es war für mich schon alles schon damals sehr interessant, ich sage mal, die sozialen Probleme insgesamt in beiden Teilen. In Deutschland aber auch auf Grund und Wohlen, wie es Menschen geht, die nicht vom Glück so gesegnet sind, dass sie einfach mit reichen Eltern und Verwandten einfach an den gedenkten Tisch gesetzt wurden. Und ich kann mich erinnern, 1961 war ich das letzte Mal in der Bundesrepublik zu Besuch. Immer acht Wochen in den Schulferien war ich in Unternehmung. Und da sagte meine Cousine, zu der ich nächste Woche, nächsten Monat, zum 50. Nordzeitstag war, sogar in der Hoffnung, Mensch, bleib doch jetzt hier, bleib, ich will Schamspieler werden. Und ich bin so ein armer Schlucker auf eine Schlüsselklinie von einer Mutter, die Verkäuferin ist, ich hätte bei euch nie eine Chance. Und da bin ich wieder gefahren mit meiner Mutter und das war am 7. August, am 13. August in die Mauer zu. Ja, und um es abzukürzen, als ich dann 1995 das Astralag erstellt habe in Hagen, habe ich meine ganze Verwandtschaft eingeladen und da war ich natürlich in Schamspieler und gesagt, siehst du, es war ein langer Umweg, ich bin es geworden und jetzt sind wir zusammen und ich kann euch zeigen, was ich mache. Der Umweg war der, dass ich im Grunde genommen einen ordentlichen Beruf gelernt habe, Apparate und Behälter bau, das haben die Leute in der Presse der Bundesrepublik nie verstanden, die wussten ihnen erklären, was das ist. Ein bisschen Tränen, ein bisschen Träseln, ein bisschen Bohnen und so ein grober Werkzeug machen, Schweißen, E-Schweißen, A-Schweißen. Und dann weiß ich, ja, ist das so was wie Kesselbau? Ja, wenn sie gemeint ist, was wir bauen. Seitdem kriege ich erst mal eine Biografie nie mehr aus, Kesselbau. Und danach, auch in der Zeit, immer als Lehrling Arbeitentheater gemacht, eigene Exembes gegründet und Kabarett gespielt und meine Frau auch auf dem Wege kennengelernt, mit der ich nur in Schöko-Kotten-Sinni-Quartier sitze, zusammen. 42! Wie viel? 43 Jahre, wo sie sich mit mir tollen Wünsche quälen, habe ich sie damals kennengelernt und ich wollte damals auch Schauspieler werden. Nach der Lehre hat man mich delegiert auf die Schauspielschule nach Berlin. Meiner Frau hat es aber nicht gefallen, dass ich das werden will, weil Schauspieler... Und da habe ich mich überzeugen lassen, trotz Aufnahme und Eignungsprüfung, nicht auf die Schauspielschule zu gehen, aber es war gar nicht so freiwillig. Ich musste zur Armee, nämlich anderthalb Jahre zur NVA und habe dort wieder ein Ensemble gegründet, waren dafür auch immer einen Tag im Knast, bei das Kabaretti Schmiere haben wir uns genannt, bei den rückwaltigen Diensten an der Tankstelle und sind dann ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen ausgeschmiert und ausgerutscht. Und dann habe ich mich bewogen, den Kabaretti, den jetzigen Chemnitz, weil ich mir gedacht habe, das machst du immer als Schauspieler Heimkarten. Und habe mich dort bewogen zum Ingenieur am Maschinenball, am Pädagogik-Psychologie-Studio, wieder Ensemble gegründet und nach Dresden auch wieder Ensemble gegründet. Vorabschiedsrichtung Vorabschiedsrichtung Vielen Dank.